Pedicare ist das autarke Warnlichtsystem für den Zebrastreifen. Pedicare will Leben retten. In der Schweiz ereignen sich pro Jahr mehr als 1000 Unfälle an Zebrastreifen. Wir helfen diese Zahl zu reduzieren. Unser Pedicare wird berührungslos durch den Fußgänger aktiviert und kündigt durch ein Lichtsignal das Überqueren an. Pedicare wird solar betrieben, besticht durch eine solide Konstruktion, wird paarweise rechts und links der Fahrbahn installiert. ESG Sicherheitsglas schützt vor Vandalismus und Wetterung. Sparsame LED-Technik garantiert bei Tag und bei Nacht optimale Signalwirkung in beide Richtungen. Wer sind unsere Kunden? Vorwiegend öffentliche Auftraggeber, die mit dem Geld sparsam haushalten müssen. Was bieten wir unseren Kunden? Geringe Anschaffungskosten, einfache und schnelle Bodenmontage und vor allem keine Betriebskosten. Machen Sie auf unserer Homepage einen Standortvorschlag und helfen Sie mit, die Zebra-Streifen sicherer zu machen. Mit kleinem Budget sorgt die Stadt oder Gemeinde für mehr Sicherheit. Pedicare will Leben retten. Autark. Einfach. Sicher. Pedicare. Entschuldigen Sie, meine Herren. Einfach drücken und weitergehen. Recht hat er. Entschuldigen Sie, meine Herren. Geil.